So, die anderen sind jetzt nicht mehr da? Doch. Achso. Ich habe nur so getan, als wäre ich mehr... Ich... Was schuhen wir? Der Wald. Der Wald wird da. Janis, hast du eigentlich immer noch das Problem? Welches? Mit MW2 am Bugli. Ja. Ja, und mal neu installieren. Das dauert zu lang. Warum, wie lange dauert das? Wie groß ist das? Keine Ahnung, 11 Stunden. Du musst nur MW2 Multiplayer downloaden. Ja eben, dauert ja eben so lange. Hä, der Multiplayer hat... Das dauert so lange, wenn du kack Internet hast. Nein, 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 der Multiplayer hat nur 2 MB. Nee, bei mir hat er 11. Was? Ja, 11 MB ist ja, das ist ja natürlich... 11 MB, ja, nee, das ist ein normales Spiel, aber dann Multiplayer. Ja, 1 MB, normales Spiel, dann 500, 1 GB, was? Juli. Bei mir war es so, weil ich Singleplayer nicht installiert habe, war... Oh, die Map, da... Multiplayer, 11, GB, ich habe... Ich habe aber... Äh, machen wir Teams oder kein Team? Ne, keine. Äh, so eine Verarsche. Scheiße, ich bin viel zu spät gestartet. Ah, nein, ähm... Achso, ihr darf mir nicht springen, weil man einen Speedboost hat. Ach, Mist, ich habe die Start-Titel verkackt. Wofür brauche ich bitte einen Dreckschalter? Ey, Juli, verpisst dich, das ist jetzt meine Richtung. Den Schalter, keine Ahnung, vielleicht so die Türen öffnen? Entschuldigung, ich habe kein Kit ausgewählt. Habe ich gerade eine geschlagen? Ne. So. Und, habt ihr schon was gefunden? Ja, ma. Ich auch, aber ich habe kein Essen. Was braucht ein Kompass? Ähm, das ist ein Radar. Ah. Der zeigt dir an, wer der nächste Spieler ist. Hat jemand Sticks für mich? Ich habe einen. Dann könnte ich mir einen Eisenstatt machen. Achtung, Jan, das ist für dich. Ne, Scheiße. Kann nur belegen, ich brauche nicht gerne. Ja, ich habe ein Boot. Ich habe einen Stein, ich könnte dich jetzt schützen, aber ich brauche nicht. Weil ich nett bin. Lebt ihr alle noch? Genau. Ne, Scheiße. Okay, soll ich zurückkommen? Till. Nein, es war ein Scherz. Lebt ihr alle noch? Till, ja. Ja. Was ist besser? Okay, Eisenack. Ich bin auch gut. Bist du tot? Alter, bei mir leckt's. Ich habe ein Schwer, dir. What the fuck, warum leckt es bei mir zu verfallen? Also, Jan, es merkte, ich habe dich leben lassen. Ja. Den werde ich nicht finden, wenn ich dich sehen. Weil du unseren Kindern auch ein bisschen davon erzählen, wie ich dich beim Leben lassen habe. Nein. Doch, jetzt. Nee, du bist, äh, nee. Nee, mach nicht. Lisa, verpiss dich. Lisa, töte ihn. Ich brauch nur was zu essen. Warte. Ja, okay, hier. Hier, 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 hier. Ich hätte Essen für euch. Lisa, jetzt schnäppst du den Eisfall. Mach ihm Platz. Lisa hat einen Bogen. Ich habe eine Waffe. Was? Was? Keiner hat eine Waffe. Ist nicht so. Ich habe ein Steinschwert für eine Eisenachse. Ja, was bin ich mit flimmend, Lisa? Ich will die Eisenachse nehmen, weil die Eisenachse stärkt schneller. Und mir will ich jetzt nicht stärker gehen. Lisa, da hinten ist nichts mehr. Wie viele Brustpanzer habe ich denn bitte? Und wie viele Waffen? Richtig, Frage, wo finde ich du bitte Kisten, äh? Ja, ich bin gerade zu behauptet. Das ist überall, ich habe jetzt ungefähr 10 Kisten schon gefunden. Ich habe auch Kisten, aber die sind alle leer. Ja, dann musst du halt die Gerichten finden. Hm. Ich zum Beispiel habe nur volle. Ich könnte jetzt, äh, hat jemand ein Eisen von euch? Na, leider nicht. Ich muss immer auch Spieler killen. Ich könnte theoretisch jetzt ein Eisen-Shit machen, wenn ich Sticks hätte. Und mir auch. Aber ich habe sie nicht. Ja, aber noch mehr Holzarzt. Also wir machen, wir lassen es halt, denn wir sehen vielleicht länger am Leben, okay? Oh nein. Dass wir vielleicht ein bisschen, wir kämpfen nicht, aber wir lassen es nicht. Für was brauche ich Haken? Die habe ich auch schon gefunden. Noch ein schwerer. Nein. Alter, das leckt. Ausnahmweise bei mir ist es nicht. Doch. So, wir müssen ein nächstes Spiel empfehlen. Über 100 Blöcke. Woher weißt du das? Das ist, äh, Kompost. Woher weißt du? Achso, links klick. Okay, da bin ich nicht zu weit entfernt. Da ist einer mit einem Eisenhahnisch. Ja, das ist... Weißt du? Mad Cat 7. Und er hat ein besseres Schwert als ich. Hab ihn! Ah, den Stein-Shirt und eine Angel sogar. Ah, okay, hier ist eine Truhe. Äh, eine Draft-In-Bansch. Oh, ich habe endlich mal eine Bar vor. Hab schon vier. Ich glaube, hier gibt es keine Truhe. Willst du mich verarschen? Also ich bin so gut ausgerüstet. Er hat ein Eisenhahnisch. Ich gar nicht. Ah, scheiße. Ich bin gerade irgendwie docker. Ach nein, ich brauche immer noch Sticks. Nein, ich bin tot. Einen Ofen. Mit einem Eisenschwert, Alter. Ich habe nur eine Holz- Okay, ich denke, Lisa oder ich überleben am längsten von unserer Gruppe. Ich habe nur eine Holz-Axe. Sollte defensiv von... Ja. Was brauche... Für wa... Was? Alter, für was brauche ich bitte... Ein... 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 Ein Pisten. Ein Toaster? Nee, ein Pisten. Ja, Volleybahn oder so. Moody, ich sagst du... Sollen wir kämpfen oder sollen wir uns... Oder sollen wir nicht kämpfen? Warum, wo bist du? Ja, kämpfen, das ist ja auch ein bisschen schade. Das ist ja auch ein bisschen schade. Das ist ja auch sozusagen ein Team. Ja, kämpfen. Nein, warte mal noch kurz. Ich lass dich leben. Ja, hä, ich seh dich gar nicht. Du jetzt mal so, als hätte ich dich nicht gesehen, okay? Ich seh dich gar nicht. Ja, da ist ein Team, da ist ein Team, da ist ein Team. Mit Eisenschwörtern. Wo denn? Da ist Eis! Oh Gott, der Schnee kommt schon. Oh no. Ja, der kommt immer. Was ist besser? Eisenachs oder Steinschwörter? Weißenachs, beides gleich gut, aber Eisachs schlägt schneller. Wo kommt denn da Schnee? Ich seh den Abgrund. Von oben, vom Berg. Oh shit. Nee, ist man da tot oder was? Wenn wir Deathmatch aufs Team treffen, dann machen wir auch Team, okay? Alles klar. Alter, ich hab so viel zum Essen. Ja, was ist mit mir? Du lebst auch nicht. Ich muss jetzt, ich will noch. Ich bin auch noch da. Dann sind ich und Lisa Team. Oh fuck. Nein, nicht sterben. Immer eins an der Richtung. Ich glaub, ich bin jetzt gerade zuerst in die Sackgasse gelaufen. Wo seid ihr eigentlich? Ah, wo die? Wo die? Nice, nice. Der eine leckt, der leckt, der leckt, der leckt. Er leckt, er leckt. Du kannst ihn. Aber erstmal den Mund. Oh, oh, oh. Wenn du gegen den Mund verloren hättest, hätt ich nicht ausgedacht. Mutti, du hast ihn getötet. Achtung, von oben kommt einer. Heißt was? Wo? Oh. Vater, meine, meine, toll, du scheiß Tastatur, Alter, ohne Witz. Tut mir leid, die Situation war so günstig. Alter. Du hast mich getötet. Ja, es musste sein. Auch noch, ich hatte eine Angel. Ja. Oh, eine Charktable. Du hast eine Angel, was? Ja, mit Angeln kannst du halt Angeln. Ja, nicht Angeln, sondern kannst du halt die Leute zurückbooster, dann bekommst du einen besseren Hit als erstes. Äh, weißt du was? Ich geb dir noch den Game Kick. Aber ich hab dich so aufs Leben lassen, ich dachte, jetzt wär's wirklich ein bisschen kacke. Also. Wir leben jetzt. Wir leben jetzt noch Teams, dann werde ich meine Entscheidung jetzt beräumen. Wenn ich dann, okay. Weiß ich nicht, wie viele leben denn noch? Warum denn? Es lebt doch noch eine von uns, oder? Ne. Ach, das... Doch, Lisa lebt doch auch noch. Oder? Echt? Ja, ich leb noch. Aber nicht mehr lange. Und ich reiten. Also hier habt ihr auf dem Mapper die geilste Szene ever. Im Deathmatch, im Zwe-Gegner-Team, mit die Fully-Gript mit Eisenhorn ausgekillt. Ja, natürlich. Äh, ich pack hier durch die Gegend irgendwie. Was auch cool wäre, wenn Julien größer, also so, äh, Mengen, weil Julien gerade richtig viele Zuschauer-Bündens stehen, und wir dann, ähm, auf Five eine Runde machen würden. Ja, tot. Ähm. Oh, haha. Wo wir bis, äh, warte. Wo wir bis zum Deathmatch, also weiß ich... Mann, Lisa, dort ist auch keine Pfeile, aber es geht nicht ruhig, so habt ihr alle keine Pfeile. Ich spiel. Wollt ihr mich verarschen? Ich hatte sieben Stück, aber die hab ich verschossen. Ein bisschen Arschloch. Ich hatte zwei Stück, aber die sind in Juli reingeflogen. Schön, dass jetzt ein Team übrig ist. Achso, ja, das hättet ihr mir wieder sagen lassen. Hab ich doch gesagt. So spät. So spät, genau. Jungs, wo seid ihr? Ich erkenn hier gar nichts. Du kannst mit dem Kompass auch auf die, äh, kannst du auch zu, äh, dich zu Leuten teleportieren. Ja, toll, aber das kann ich nicht immer benutzen. Und wenn, dann teleportiere ich mich immer zum Gleichen, wow. Ja, du musst halt immer weg. Weiter, also. Ich bin hier nie auf dem Nixen. Fuck, da hinten ist das Zweiteam, oder? Nee. Oh, er ist wieder vom Schneeballen angegriffen, jetzt wird er kämpfen, wahrscheinlich. Kämpft, kämpft. Kämpft, kämpft nicht. Wie darfst du sich leben? Wie ist ein Team? Er hat auch auf Falle ne, vorbeigerannt. Oh man, ich hör grad, ich hör schon die Bonus-Truhe, aber ich kann nicht mehr hin wegen dem scheiß Schnee. Jetzt haben wir echt ein Zweiteam. Das ist nicht schlimm, es geduldet relativ. Du hast doch ne Angel, Alter, ohne Spaß setzt die Weiße ein. Kann das mit Angeln nicht. Das haben wir nie gemacht. Eigentlich ganz einfach. Schießen, auf eins wechseln zum Schwert und dann, äh, werfen, auf eins wechseln und dann schlagen. Genau. Ist einfach. So sieht's aus. Ja, trotzdem müssen wir uns ab und zu vielleicht erst mal üben. Ne, ich werde immer zu dem Jojo teleportiert. Ja, du musst ja verhindern, wie gesagt. Das siehst du auch auf dem Kompass, wo er ist. Man. Ähm, ja, da ist das so eigentlich. Janis, Janis, ich bin grad von ihm die ganze Map weggelaufen und ich wurde wieder zu ihm teleportiert. Ja, schau doch auf dem Kompass, wer am nächsten zu dir ist. Wieso kann man nicht chatten? Oh ne Frage. Hey, warum hast du was geschrieben? Ich seh das nicht. Du hast, du hast geschrieben, Ack, 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 ne, Ack, Team. Takt Team eigentlich, ja, aber. Ja, meine Grammatik ist das Beste. Aber hier sind Sachen drin, okay. Wie viel? Die Map ist einfach zu groß. Ja, falls sind die nicht zu groß. Denk kleiner oder sehr viel größer. Ja, machen wir noch weiter Minecraft spielen. Ich hasse es. Schalten wir es, LashDM. Janis, was ist los? Das ist... Ich hasse Minecraft. Seit wann das jetzt? Na, ich hasse es nicht so. Manchmal noch ein Icon. Der Spielmodus ist scheiße. Survival Games. Ich mag ihn. So, ne, die anderen sind auch kacke. Ja, das ist dann geil. Skypen nicht. Skypen. Survival Bown. Oder was? Ähm, außerdem, der Server ist Englisch. Also, wenn du schreibst, kein Team versteht dich der größte Teil nicht. Ich denke nicht. Ist aber EU-Hartig. Kein, kein Etam im DM. Halt mich, ich seh das nicht, dann kann ich mich nicht ver... Öffne doch jetzt wieder den Chat. Witz, wenn wir in Game ist, wird es nicht angezeigt anschein. Okay, Leute, kein Etam. Okay. Also, das Team ist jetzt am Spawn. Ja. Und Jojo? Ja, Deathmatch. Ach, du bist stürben außerdem. Okay, let's go. Nein. Erstmal glatt ein Pfeil ins Gesicht bekommen. Wie solltet ihr euch erstmal aus Team konzentrieren? Es lebt nur noch, Thomas. Nein, komm, ich hab's da. Der andere noch, der Jojo. Der ist schon nicht von uns. Der ist so wursch. Schlaue Spieler verbinden sich gegen Teams. Komm, Thomas, lauf ihn. Nein, vergiss es gegen Team nicht. Hier hab ich, genau hier bin ich, da hab ich auch gestanden. Hier auf der anderen Seite. Alter, der hat ja eine Ping, der Dummski. Aber auch so wie er aussah hat er Hex. Ja, Hex. Die Hecken, keine Panik. Oder es lag dabei. Gar nicht. Die Pilzsuppe, perfekt. Die Pilzsuppe funktioniert hier. So ne Scheiße. Alter, wie trifft der mich? Wie trifft der mich denn? Nein. Ja, da hat man... Warte, warte, warte. Wenn man jetzt in die Nähe von ihm kommen, könnte man sie. Alter. Nein. Na egal. Scheiß drauf. Scheiß Team. Äh, wenn der eine Axt wirft, macht der Schaden. Ja, das kann man. Geht. Juli. Oh. Dann war es das hier für... So, ich hab. ... Survival Games. Jetzt weiß ich nicht, ob es für Minecraft war. Hm. Was war es für Minecraft? Hm. Weiß ich nicht. Ähm. Ich würde sagen, dass ich... Oder dass wir eine kleine Pause machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und was essen? Wow.